Die Reinigungsbranche befindet sich im Umbruch. Fachkräftemangel, steigender Kostendruck und gleichzeitig fordern die Kunden immer mehr. Mehr Leistung, mehr Zuverlässigkeit, mehr Transparenz, mehr Qualität auf höchstem Niveau und mehr Effizienz. Doch die Effizienz des Menschen hat ihre Grenzen. Der perfekte Zeitpunkt für Nexaro. Gegründet 2021 verbindet Nexaro die Innovationskraft eines Startups mit der jahrzehntelangen Expertise eines Branchenführers. Mit dem Ziel, die professionelle Gebäudereinigung zu revolutionieren. Und das schafft nur die Cobotek. Der innovative Nexaro NR1500 übernimmt monotone, wiederkehrende, körperlich belastende Aufgaben und kollaboriert perfekt mit dem Reinigungspersonal. Autonom, präzise, zuverlässig, effizient. Mit dem kongenialen Nexaro Hub lässt sich bei Bedarf eine ganze Flotte von Nexaro-Saugrobotern organisieren, steuern und kontrollieren. Selbst über mehrere Standorte hinweg. Intuitiv. Skalierbar. Sicher. Das ermöglicht eine Effizienz bei der Gebäudereinigung, wie es sie vor Nexaro noch nie gegeben hat. Kurz gesagt, Nexaro ist die Zukunft der automatisierten Bodenreinigung. Die Botschaft ist eindeutig. Die Ära der Cobotek hat gerade erst begonnen. Nexaro. Secure your success.